Oh, dann sind wir doch angekommen. Sehr schön. Hau auf hier. Hallo? Wieso hat der seine Polizeiuniform nicht an? Hallo? Ist irgendjemand hier? Hier wird keiner mehr sein, mein Freund. So, werden wir mal hier anfangen mit der Strecke, wo wir in der Demo gestartet sind. Hau auf hier. Aha. Scheiße, dunkel hier. Ich hätte das alles mal ein bisschen heller stellen sollen, aber ich denke mal, so soll das hier sein. Resident Evil muss so sein. Warte mal, wir werden erstmal hier mal kurz abchecken. Das habe ich in der Demo mir nicht angeguckt, was hier abgeht. Aha. Siehste. Munition. Mal Licht an hier. Ja, das war es hier aber auch schon wieder. Aber Munition ist immer gut. Wenn wir mal weiter dackeln. Zack. Mal den Schrank weg hier. Kann ich hier nicht kombinieren? Ey, hat aber einer ordentliche abgeseilt, oh. Ja. Ja, ich komm schon. Bitte. Geben Sie mir die Hand. Ich hab's. Jetzt die andere Hand. Ich kann euch halten. Ei, 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 ei. Halt es ruhig, halt schaffst du noch. Ja, nehmen wir mal mit. Hier sind auf jeden Fall die Symbole, die wir brauchen für die Statuen. Werden wir uns mal merken. So. So. Aber auch geile Soundkulisse hier. Also wirklich, haben sie echt geil gemacht. Erstmal wieder zurückdackeln hier. Verdammt! Oh, du liest aber scheiße aus, Kollege. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte, ich konnte nicht. Hier. Mensch, wasch dir doch mal erst mal die Finger, Mensch. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte ich, wer früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Jetzt hat er die ganzen Notizen hier voll geschmaddert. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut. Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst das. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Kampfmesser. Sehr schön. Wähl mal mit. So. Schnitz, schnitz. Okay. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Ach, egal. Ist schon wieder ein Schlimmes, ey. Eieieieieiei. Sieht das ein Hammer aus? Gehen jetzt auch nicht so gut da oben? Holen wir mal runter, oder? Iieieie. Jedes Mal. Ich würde mich schon in einer Demo erschrocken, ey. Und der Dicke wieder hier sein Snickers, Alter Ah, warte mal, warte mal Ah, nee, doch nicht, weg hier Brüllt der denn da oben so rum, Mensch Jetzt haben wir langsam aber auch keinen Platz mehr Alter Okay, falsche Richtung Warte, Brett werden wir mal, warte mal, was ist denn hier? Schießpulver Warte mal, wir haben eh zweimal Spray Ja, ich will das hier wegpfeffern, warte mal Äh, wegwerfen Wegwerfen So, Schießpulver, zack Brett holen wir gleich Zack Jetzt brüllt der da schon wieder rum Warte mal, stell dir mal die Hütte zumachen Sehr schön Oh, nicht Nein Gib mir das Messer zurück, Mann Kacke Ikashi, komm her Oh, nicht du jetzt ohne Ich will einfach nur mein scheiß Messer Warte mal, ich hab doch, äh Schießpulver Kombinieren Aha Kombinieren Sehr schön Wunderschön Schießpulvernutzung kennen wir doch alles schon Meine Fresse Ey Da bist du ja Komm her Siehst du das? Ja Wusstest du sie schafft Du kennst sie? Ja Sie heißt Claire Ich kam mit ihr in die Stadt Du gelangst zu dem Hof da Die Stufen hoch Ostseite In Ordnung Bäh Bäh Untertitelung des ZDF, 2020